Das war die ab zum nächsten. Durchs neue Headset hört er sich anders an. Die Inge ist auch da. 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 Was sagen bist du in Wettenkollegen? Hast du mich verstanden? Was sagen bist du? Was sagen bist du? Was sagen bist du? Umso langsamer du gegen die Wand fährst und so schnell hast du es gerade. Ja. Eigentlich soll nicht bleiben. Was sagen bist du? 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 Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Was sagen bist du? 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 Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,17,6. Oh, der nächste. Kann losgehen, sobald du bereit bist. 50 Kilo. Hehehehe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, 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 oh. Alles fertig. Alle weg vom Auto. Ab auf die Strecke mit dir. Alle weg vom Auto. Ab auf die Strecke. Alle weg vom Auto. Ab auf die Strecke. Alle weg vom Auto. Ab auf die Strecke. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Alle weg vom Auto. Ab auf die Strecke. Alle weg vom Auto. Ab auf die Strecke. 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 Ab 재 lineup. Ciao. Mama, ich will zwei, 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 zwei. Der Papa fährt Formel 1. Ja, was sag ich? Also das, was ich sag, muss ich mir noch. Wie viel Platz hast du, Patti? Na, pack! Was ist das denn? Das ist ja das. Bis jetzt. Bestimmt beim Sack und dann dekorativ ist. Gucke, dass du die Rezepte hast. Bei mir ist wieder eine Heizdecke kaputt. Oh Gott, 57 Grad. Ich hatte so 0,05 pro Runde ungefähr mehr Verbrauch. Also aber im Grand Prix. Bei der hat zum Beispiel, wenn ich keinen DAS hast, da fährst du ja den 7. aus auf der Geraden. Da kommst du erst gar nicht in 8. Aber fertig geht er anders wieder. Ich lass die anderthalb. Ist ja passend. Ich bin ganz richtig versalım. Ich bin ganz ganz bloß Ich weiß nicht, was das die Köln kommt, sagt er ist. Ich weiß nicht, was das die Köln kommt, sagt er ist. Später, wenn die Sonne rauskommt. Das ist, wenn das weiße da oben weg ist. Danke. 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 die startaufstellung vor und zurückspringen da räumt er alle ab jetzt war er wieder vorne so naja Er kann ja dann nachschauen und wieder übernehmen, insofern das Auto noch ganz ist. Achtung. Oh Gott, Rambo. Oh Janni, das war kein Film. Oh Gott. 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 Oh, Jan. Besser kaum. Okay, alles klar. Okay, DAS ist jetzt verfügbar. Der nächste Roadtrend, Tobi-Ran. Tobi-Ran ist da reingefahren, wo Jan in Quali gefahren ist. Ja, alle TV Jahre hm. Tobi-Ran ist da reingefahren. Jans, Hitler. Sit Ciao! Jetzt mal bei euch Frieden. Bei der KI musst du dich reinstechen, die macht das hoch. Auf der gesamten Strecke, das Safety Car ist draußen. Behalte das Delta im Auge. Wir müssen es positiv halten, um eine Strafe zu vermeiden. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Dann war jemand nur kaputt, da lagen Teile, aber nicht ganz kaputt. Das ist ein Hengeschäft. Oh, scheiße. Kann nicht sein. Wir wurden von einer 60er KI geschlagen. Delta verkannt. Okay, erhöhe das Tempo leicht. Wir müssen uns dem Auto vor uns auf bis zu 10 Wagenlängen nähern. Jetzt voll zusammen. Das sagst du dir. Ich muss mich die Childischen Lütze hören an. Ich muss mich die Zürich geben. Einer sind die Zürich. Ich muss mich die Zürich bewegen. Ich muss mich die Zürich geben. Ich muss mich die Zürich geben. Ich muss mich die Zürich geben. Wohl ein fährt im Sektor, hat er auch schon gehabt. Plus zwei Sektoren gezeitet, schnellste Runde. Kleines Abfragen, wie schnell die schnellste Runde ist. Ja, komm, du bist auch cool. Sein Auto geparkt hat er die KI aus den Rand genommen. Sein Auto geparkt hat er die KI aus den Rand genommen. Das Rennen ist noch frisch. Ich habe es ja bloß von der Seite gesehen. Das ist so 3-4 Langsam-Autos und der Grüne durch. Das Rennen ist noch frisch. 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 Das DRS wurde aktiviert. Das DRS ist jetzt aktiviert. Das Rennen ist noch frisch. 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 Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 1,9 Sekunden. Das Rennen ist noch frisch. Das Rennen ist noch frisch. Das Rennen ist noch frisch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, hätte abgewartet, wäre er jetzt so vor uns gewesen. Also vor mir. Ah, da wollte er unbedingt an dir vorbei. Auch an Stellen, wo es doof war. Da bin ich vorbei. Jetzt in die Verkompresen. Ja, da bin ich dran. Ich kann mich einfach an mir hin. Oh! Disconnected. Abstand zum vorausfahrenden Auto 1,9 Sekunden. Das ist Training. Klasse Manöver. Bei dir sieht das so einfach aus. Das ist Training. Das ist Training. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wer? Na, der fährt heute Ritzen besser zum Schiedsäne. Das habe ich schon hintermischen beobachtet. Der wollte unbedingt. Ja, echt. Ja, echt. Jetzt ist es geflogen. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 1,9 Sekunden. 2,9 Sekunden. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war ein bisschen Kramer. Ja. Manchmal braucht man sich auch bloß ausnehmen, die können sich in der Kurve schon geben. Ich habe die nach. Okay, Abstand zum Auto vor dir. 5,7 Sekunden. Jetzt ist er wieder da. Gut für uns. Hoffen wir mal, dass er nicht so schnell ist. Was, ja echt jetzt? In Ferrari, ne? Ne, ne, da hat er aber guten Platz gemacht. Boah, das geht schnell. Jetzt hast du schon 1 Sekunde aufgehalten. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 bis zum Schloss Etwa fünf Runden kommen wir mit der Benzin noch aus. Dann brauchst du bloß auf drei Sekunden Radfahren. Dann brauchst du bloß auf drei Sekunden Radfahren. Abstand zum Auto vor dir beträgt 10,7 Sekunden. Abstand zum Auto vor dir beträgt 10,7 Sekunden. Nein man, ich will noch nicht gehen. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Wenn du hörst. Let Cruision buy for the championship. Wir sind auf 7,8 Sekunden. Das stimmt, der jetzt am Ball bleiben ist. Ja. Das ist immer herrlich. Was kann da auch noch passieren? Team Order ist verboten. Ja. 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 Ich hab nur einmal gesehen. Die Abstand zum Vordermann beträgt 13,5 Sekunden. Die letzte Runde läuft, letzte Runde. Zwei Runde kommen wir mit der Bezieh noch aus. Zwei Runde. Scheiß langsam. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Du hast ihn fahren lassen. Ne auf, wenn es gut ist. Ja. 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 20 Sekunden. Ja, aber da muss der Flügel wechseln. Und noch 25 Sekunden bestimmt. Eigentlich wärst du vor mir geblieben. Ja. 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 Ja, Sepp hat auch ganz schön gedrückt. Ja. 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 Bei der Schikane ist sowieso mit der langsamste Punkt. Ja. Hä? Ja. Ja. Hä? Nö. Ja. 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 Hehehe Hehehehe Hehehe 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 Das heißt, am Mittwoch durch Heckland schon Hehehe gehabt nochmal sicher ist sicher